dass der vielleicht mal leben bleibt so freunde jetzt noch mal ein banzai und dann kann es losgehen banzai er hat es dann ist noch da falls du die diese rein und raus tappen wo es geht los leute in der kiste nordwesten im westen rüber laufen gleich mal mit dem exploder anfang der jahle ist grün polizisten schmucker auf der straße die volitioner war unter uns ich seh mich ne die steuerer gut 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 ich sehe einfach mal 2 bis 2 mit der volitioner fest hier ums haus er ist wieder runtergefallen die aus der lücke ist ja wahrscheinlich bei native oder die sind im weg hier hochgekommen ok die kommen da hoch ach du scheibe keine ahnung wo die hochkommen das ist ja prägelnd ah ja boah da alter was war das denn äh das ist nicht spucken ja ja dem politischen auch hier an der leiter 6 fps 5 fps scheiße das ist schon alles zusammen na so weh wir müssen langsam rüber zur alarmumstellung echt jetzt boden löst sich auf langsam ja der boden lösen scheiße äh foxy ha ich hab's nur für 30 fps das ist schön für dich weißt ich auch denn wem gehört der ist irgendjemand nicht mit mir befreundet ich bin mit dir befreundet ja das ist mein insurance ne ahn du bist gerade nicht mit mir jetzt ja ok ah nächstes mal kaufen wir wending machines beim äh dings vom wendler äh ahja ooooh alter ok ok wenn flipps nicht unbedingt auf der brücke kämpfen wenn die brücke einstirbt sind die drüben verloren ja genau voll voll vielleicht einfach mal auf die andere seite gehen dass die rüber kommen bin ich voll für wow scheiße ja glücker oh hier fehlt schon ein bisschen band ok komm komm drüber komm drüber die drücke führt gleich ein los ok wow mit den fps ist das echt schwierig alter voll glücker weh los wir haben du ja komm 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 warte ne das ist auch genau das ist gerade ein möglicher oh der ist reingelaufen alter das ist ein glöckel ja ich bin leer oh scheiße nur noch 300 Pfeile ich habe den anderen Pfeiler einer ist noch alter liegen da in den Loot-Sacken Pfeiler down ähm Moki richtig um hier vor dir danke bis dann würde ich draußen heute echt schon? bis dann nicht entschuldige Warte ich eher ein bisschen, oder nicht? Ja. Weiß ich nicht, ob er da irgendwie spannend ist. Ein Dimmolischer ist noch direkt unter dem Dach, ne? Au. Okay, der ist ins Haus gelaufen. Einer ist grad rein, ja. Achter, Auto, hinten hier. Ich hab da noch Zeit. Au. Gaia, Gaia bei uns auf dem Dach. Gaia tot. Einer kriegt dann... Oh, ihr exklusivsicht, was euch los ist. Ach, ist das schön. Geht übers bei euch. Macht mal ruhig weiter, Leute. Ne, ohne Witz, äh, schon, okay. Und, also, bis zu da. Und, also, bis zu da um. Und, also bis zu da. Ja! Gibt's mir runtergefallen? Nein, nein, der hat gerade den Hund weggenommen. Okay. Ne, aber ich kann ja mit der Todtrutzel fliegen. Polizist, haut aus! So, jetzt können wir die Anwurfein bleiben. Äh, ja, ihr solltet noch schnell runterkommen, weil die Fliegen hält die Front nicht mehr da unter euch. Ein bisschen Munition, oder lootet euch die Bags mal nacheinander ein bisschen, das, äh... Wollt ihr das sagen, wenn ihr das Hund aus den Bags holt. Da hat sich noch etwas überredet. Ja, wie gesagt, äh, wow! Oh, sorry, da war jemand, äh, vor dem Kotzer. Ich hoffe, ich hab ihn nicht gefühlt, denn... Mr. Senos hostet mich mit vier Zuschauern und schönen guten Namen und Dankeschön, Senos. Geht's hier. Wird, bestimmt, äh, ein wenig auf ihr geht's hier. Ah, ha! Huh! Komm! Gerade kurz nach der Wurde! Oh, nur gerade vorbei! Warte, nur noch den Weg! Ja! Ja! Juhuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui So, weiter geht's. Ne Schaufel. Oh, wir hatten da so viel Schreier. Ich sollte gerade noch was schreiben. Danke schön für deinen Hust. Horde. Wanderhorde. Na ja, nur noch Reste. Guck dir das mal an. Ja, ich bin reise noch. Selbst die Reste sind noch. Tötlich. Auto links schreien. Das ist gut. Oh mein Gott. Ausdauer. Ausdauer. Nein. Da kommt noch was. Ist das die Nachhorde? Nach der Horde, nach der Horde, nach der Horde, nach der Horde? Ja, nach der Horde. Genauso wie gleicher Tag 1, die Horde vor der Horde, vor der Horde, vor der Horde, war? Äh, bist du gerade gekommen? Alter, wie frisst der? Oh, yeah. Einen. Oh. fancy Consultant. Oh. Eine Schreierin noch bei Earths of Südwest. Den nehmen wir nochmal gleich. Scheiße. Hat er. Ja, ich glaube ich. Was? Die Tests sind echt cool. Hab ich. Wer braucht welche? Ich. Ja, Arne. Ich auch. Verliegte wieder Mien auf der Straße. Nee, das weiß ich auch nicht, wer hier die ganzen Mien ist. Ey, Leute. Nächste Schreierin aus Westen. Ja, ich sehe so. Kannst du droppen? Komm hier, sie runter. Danke. What the fuck? Nächste Schreierin. Alter. Mann. Ja. Klar, hinter mir hinterher. Toll. Kein Problem, ich hab noch 3 APs. Hä? Ja. Warum hat er das halt nicht gemacht? Das ist mal vorliegen. Okay. Da kommt noch ne Gruppe. Aus West. Nordwest. Ist ne größere. Oh. Juhu. Weniger retten, mehr ballern. Siehste, das hab ich nicht davon. Weniger retten, mehr ballern. Oh, das ist wieder ne Gruppe. Oh, Leute. Hier mit euren Kacken. Nee, nee. Ja. Ciao. War schön mit euch. Nee, doch nicht. Oh, das sind aber viele. Und schnelle. Ja. 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 Ja, deswegen trau ich mich auch nicht in der Nähe der Base. Und noch ein Leuchtschmucker, ja. Ja. Ach, was raus ist. Das ist grad nur wieder. Das ist grad eins. Das muss das nicht. Geht doch nicht. Ja, ja. Macht mal da hinten. Ist schon okay. Ich nehm nur die Schreier rein. Ich nehm die hier. Ja. Ich nehm nur die Schatzkarte draußen. Geil. Endlich. Widerstand. Wir haben es echt geschafft. Rambo ist doch ein Witz gegen uns, oder? Ja. Ja, Achtung. Bummer. Bitter und schützt uns. Einfach nur auf. Ich weiß selten, ich wollte, wo wir so viel geschossen haben. Ah. Alter, weiter. So langsam kann ich mich an die... Da lebt doch noch einer. ...neue Schreierin. Juhu. Oh. Schrei, Baby, schrei. Äh, kann sie nicht. Noch ein bisschen Muni drinne. Schreierin sind hier irgendwie alle stumm. Die haben bei mir so ganz merkwürdig, so wie so ein Spuckergeräusche gemacht oder so. Ah, dann hab ich die gehört. So, dann können wir uns jetzt hier aufs Sofa setzen und dann ist gut, ne? Äh, sie hat eigentlich den Sound von Bären. Ach so. Footsteps und Roaming, äh, aber alle anderen Sounds bei dir sind deaktiviert, dass sie nicht wisst, wann sie schreit. Toll. Ne? Aber ich würd sagen, du musst sehr einsam sein, Mucki, oder? Ja. Ich hab einen guten Lehrer. Ach so. Da ist ja noch einer am Leben. So. So. Baby, wo brauchst du noch Munition? Ich hab 1000 Schuss. Ja, ich hab 8000 Schuss. Ich hab genauer. Ich hab 9 Millimeter. Bisschen, bisschen was. 600 für die 762. Ich hab jetzt grad 10 Pistolen gelootet. Die hätten auch mal früher kommen können, oder? Hätten sie. Ja, die Waffen kam diesmal wirklich ein bisschen. Ah. Wie war noch Muni-Geschenke? Super, da haben wir es ja gepackt. Ja, das war klar. Was war das denn jetzt schon wieder? Ja, der... Und vor allem danach Pussy-Move und haut aus dem Spiel ab, weißt du? Ja, das war das.